Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achimund. Das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 17. November. Heute dabei Instagram, Twitter, iOS und Tesla. Fangen wir mit Instagram an. Die haben jetzt einen Update für ihre Webseite gebracht. Aber nicht für die normale Webseite am Desktop oder am Notebook, sondern für die mobile Webseite. Und aus der kann man nun auch Storys erstellen. Storys erstellen und Beiträge für später speichern. Warum? Ja, warum nicht? Denn viele Leute wollen eben keine App benutzen und haben so nun Zugriff auf fast alle Möglichkeiten, die auch die App bietet, wenn sie unterwegs sind mit ihrem Smartphone. Also, wer es möchte, kann es ausprobieren. Und wir gehen direkt rüber zum Social-Media-Konkurrenten Twitter. Denn die hatten ja den Verifizierungsprozess schon ausgesetzt. Denn sie hatten den blauen Haken an jemanden verteilt, der aus dem rechtsextremen Lager kam. Was ja erstmal im Prinzip in Anführungsstrichen okay ist. Allerdings hat der dann halt auch rechte Hetze gemacht. Und da haben die ihm den Haken wieder entnommen. Aber das war halt nicht so in den Twitter-Richtlinien verankert. Und die wurden jetzt entsprechend angepasst. Gleichzeitig ist die Verifizierung immer noch ausgesetzt. Also, wer den blauen Haken noch nicht hat, kann ihn derzeit auch nicht beantragen. Und ja, Twitter behält sich nun vor, aufgrund der angepassten Richtlinien oder AGBs, oder wie man es auch nennen will, im US, entsprechend halt Leuten den Status zu entziehen jederzeit, wenn diese gegen andere Twitter-Regeln verstoßen. Gute Sache, wie ich finde. Ein bisschen mehr Transparenz, wie Twitter das jetzt so handhabt. Und Apple. Die haben jetzt über Nacht ganz schnell, klammtheimlich, iOS 11.1.2 fürs iPhone X rausgebracht. Also ein Punkt-Release. Also Punkt-Punkt-Release so gesehen. Und der fixt das Problem, dass das iPhone, wenn man beispielsweise in kalten Wetterregionen wie Kanada von warmer Umgebung in sehr kalter Umgebung geht, dass der Touchscreen nicht mehr richtig funktionierte. Und es gab wohl auch noch ein paar kleinere Probleme bei den Live-Fotos und Videos, die man mit dem iPhone X aufgenommen hat. Und diese sollen nun damit behoben sein. Das große Thema allerdings war gestern Nacht unserer Zeit, gestern Abend amerikanischer Zeit, die Tesla-Vorstellung. Denn Tesla hat den elektrischen Truck oder elektrischen Lastwagen, wie wir mal besser sagen, vorgestellt, den sie halt schon angekündigt hatten. Und man konnte ihn jetzt sehen. Es gibt mehr Details. Man sieht, dass drin zwei Touchscreens sind. Ganz viele Infos. Dazu empfehle ich dann auch wieder, falls es euch interessiert, den Link in unseren Shownotes, wo er euch darüber informieren kann, was der Tesla-Elektro-Lastwagen so alles kann. Auch an harten Fakten und Daten. Ja, schöne Sache für die meisten normalen Menschen eher uninteressant. Dafür viel interessanter. Die können halt auch One Thing More, also Tesla. Denn die haben überraschend einen neuen Roadster vorgestellt. Die wenigsten, oder vielleicht nicht die wenigsten, aber viele wissen es gar nicht. Der erste Tesla war ja auch ein Roadster. Das war noch so eine kleine Mini-Auflage, bevor dann der Tesla S kam, den eigentlich jeder kennt. und nun gibt es eine neue Auflage und das soll der schnellste Serienfahrzeug aller Zeiten sein. Der geht von 1,9 Sekunden von 0 auf 60 Meilen und von 4,2 Sekunden von 0 auf 100 Meilen auch wiederum. Ist natürlich auch kein günstiges Vergnügen. Soll 200.000 Euro kosten in der ersten Rutsche und danach 250.000. Nicht Euro, Dollar übrigens natürlich wieder. Da vertut man sich mal schnell bei der amerikanischen Vorstellung, wenn man nur die Zahlen hat. Und ja, ab 2020 soll es den geben. Und wer euch dafür mehr interessiert, sich das Ding mal angucken möchte und noch mehr Daten haben will, auch wieder hier ab in die Shownotes, auf den Link geklickt. Die Kollegen von TechCrunch haben da einiges an Infos für euch. Ja, und das war es auch für heute und für diese Woche. Ich beschließe den Freitag. Ab Montag ist der Jan für euch da und ich wünsche euch ein ganz großartiges Wochenende. Bis bald. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.